Die linke Hand hat gestern wehgetan. Sie hat sich angeschlagen am Tor und jetzt hat man da irgendwas konstruiert bei Tiffany Gauthier, dass sie überhaupt den Stock halten kann. Sie hat ein grösseres Händchen gebraucht, weil es so geschwollen ist. Es ist nicht gebrochen, sie hat eine Röntgen gemacht. Zum Glück keine Fraktur, aber richtig schmerzhaft und hat sie anbinden müssen. Oh nein. Wenigstens nach rechts, hätte ich im ersten Moment gesagt, dann bleibt die linke Hand besser verschont. Tiffany Gauthier heute wieder nicht im Ziel für Ausgeschieben. Das ist eben wegen dem Fokus auch so schwierig, weil du bist eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Wie mache ich das mit der Hand? Wie hebe ich meinen Stock? Wie kann ich das tapen? Soll ich Schmerzmittel nehmen? Ja oder nein? Und der ganze Fokus geht eigentlich wie so auf das Thema und den Väter oft. Verstehe ich mich?